ja hallo hier ist wieder klaus von der ersten generation der baby boomer auf dem weg ins onlife und ich bin gerade hier wieder beim bluestack also ich bin hier bei bluestacks dem emulator auf meinem pc und versuche jetzt hier vielleicht die spiele mal zu löschen also zum beispiel wollte ich den löschen das ging aber nicht ich hatte gedacht dass ich dann hier mit dieser einstellung hier das löschen könnte aber das geht nicht also die frage ist immer offen wie kann ich wie kann ich also hier eine eine app die ich hier installiert habe wieder deinstallieren ok dann bin ich jetzt gerade ins appcenter gegangen um mal zu sehen was es hier sonst noch schönes gibt ja was soll man den mal hier ausprobieren bereit haben wir schon was ist das hier sein sei ja ein rollenspiel das ist ein actionspiel ein strategiespiel was ist das denn ein strategiespiel ja ob ich das mal lade mal sehen was dabei kommt ok leute also jetzt haben wir ich muss mal den kopf hier weg machen so jetzt haben wir den kopf da unten also das heißt hier rise of kingdoms the lost quail side oder wie also der retten spiegel in die in den emulator ein ich weiß nicht ob er das schafft hier drei prozent hat er schon ich bekomme jedes mal hier oben dann die anzeige dass ich hier sie bestimmen könnte das habe ich bisher nicht gemacht also ich werde dann wahrscheinlich dafür eine windows pro version brauchen ein update auf pro und dann kann ich das vielleicht damit machen aber ich sag mal der ist momentan ist mir der schnell genug und ich habe hier sowieso keinen controller keine kein joystick und der und ich habe hier auch was spielen zu können nur mit der tastatur und mit der maus ist zum beispiel die tax geht das mit den taxen nicht ich weiß auch gar nicht wie ich jetzt hier in dem emulator ein controller einstelle vielleicht dort da haben wir also eine erweiterte spielsteuerung was haben wir da also da muss ich gleich mal reinschauen also da muss ich gleich mal reinschauen also da muss ich gleich mal reinschauen mein kurikor da kann man was aufzeichnen wahrscheinlich also ich habe ja von von spielen keine ahnung habe ich ja schon mal gesagt ich bin jetzt hier nicht der experten zu spielen ich teste das jetzt einfach mal um mal zu sehen was wie das funktioniert und was man damit machen kann ja ich habe bisher zwei sachen getestet also ich habe ja den reit getestet und dann habe ich schon 95 prozent 97 prozent ja hurra wir kommen zum ende und das funktionierte so in der comic art dass ich also nur mit dem mauszeuger irgendwo drauf drücken brauchte wobei mir jetzt auch unklar ist ob das jetzt nur hier in der testversion ist in der test app oder ob das auch in der realen app da ist wenn man die kauft dann hat der brauche heute lange oder sehr genau so weiß ich nicht beim umstarten wenn da wieder 10.000 bilder reinlässt und viele effekte ja ich weiß gar nicht ob meine grafikkarte da schafft oder ach da tut sich was ein logo ist schon mal da ach jetzt geht es los ich drücke mal hier auf öffnen ja machen die mal groß ach hier nicht oder hier nicht games sagt mir jetzt nichts aber ich kann vielleicht noch kommen was ist da da leuchtet irgendwas auf und da sind wir also ich muss nochmal groß machen der heißt also ähm Reis of Kingdom also meine Auflösung hier momentan liegt halt hier bei 1600 zu 900 die hab ich hier angestellt bei mummichwirtschaft natürlich mehr aber könnte ich auch da in 1920 gehen könnte auch hier vielleicht auf 1980, 1920, 1080 gehen weiß ich noch nicht schauen wir mal wie das aussieht ja also es geht los die Reise meiner Kultur beginnt genau wie aus der dunkelheit der legenden dein eigener und wird Geschichte schreiben wirst du in epischen Kriegen die gesamte Welt taubeln ja habe ich gar kein Interesse daran oder wirst du einen wegen deiner Weisheit hoch angesehenen Einführer werden ich lache mich krank wirst du ein Pionier oder wirst du den Nutzen deines eigenen Erfolgs mehr also das sind die Rollen die ich hier einnehmen kann der Erfolg einer Kultur beruht auf den weisen der Entscheidung des Anführers ja ich soll da seine Kultur wählen also hier unten haben wir Deutschland, Britannien, Frankreich, Spanien, China ja also der sagte ich soll da rum nehmen der Fall geht da immer hoch und runter ja die mit den Roma das ist nicht zu spaßen Cezanne und so hier unten und wieder unten ich bin immer noch bei mir an der Konto anmelden Von einer barren Land, engulfed in die Flames der Krieg, unsere Leute, insofern, arrived hier. A new world, full of hope and possibilities. We camp, we explore, we hunt, and we protect each other from great danger. Here our people stand. And the destiny of civilization lies in your hands. Rise of Kingdoms! Ist ja gut, ist ja gut Leute. Macht mir zu viel Lärm hier. Und die Figuren sind ein bisschen Holzschnittsartig. Keine schöne Grafik eigentlich. So plumpe Gesichter, aber viel Ton natürlich. Ja, was haben wir jetzt hier? Also ein Dorf oder wie? Da wachsen Bäume. Das ist also meine Geschichte. Welcome Governor. Ja. As your counselor, I will do my best to offer help to you. Meint sie ja? Will sie das tun? Ja, und weiter? Wie soll ich jetzt hier machen? Und was angucken? Ja, und weiter? Ja. Now, starting from this small city. We will eventually create a great civilization of our own on this land. Knowing the needs of your people is the first step towards prosperous development. Our people can't survive without food. We need to build a farm first to ensure the food supply in city. Ja. Es ist ein Baumwaffenswert. Das ist ein Baumwaffenswert. Ich darf nicht einziehen. Das ist die Wurzeln der Zeitung der Bürger. Und die Schlüssel für unsere Zukunft. Hilfe! Bitte, Hilfe! Barbarer sind meine Stadt! Es ist nicht weit von hier. Bitte, mach etwas! Gouverneur, gehen wir aus der Stadt und sehen. Die Stadt sieht lustig aus. Wir holen uns alles das Essen und füllen diesen Ort. Es ist ein Schade, aber wir können sie nicht helfen ohne die Brüse. Die einzige, die wir für jetzt machen können, ist sie ihre Brüse. Hahaha, das ist leichter als ich erwähnt. Wir müssen uns um einen Schaden mehr zu verhören. Wir müssen uns um die Stadt zurückziehen. Wir müssen uns um die Stadt zurückziehen. Es ist gefährlich hier. Wir müssen uns um die Stadt zurückdrehen. Wir müssen uns um die Stadt zurückziehen. und weiter und weiter Also die Maschine sagt mir ja, wo ich draufklicken soll und wo nicht. Heißt das, dass ich nachher im Spiel da mehr Freiheiten habe, dass ich die Wahlentscheidungen treffen kann oder wie soll das jetzt hier funktionieren? Ja, schön, haben wir ihn gesehen, können wir das wieder ausmachen. Reicht mir. Und was haben wir hier? Den können wir auch wegmachen. Jetzt habe ich den Reise of Kingdom. Haben wir jetzt also einen Test gemacht mit dem Reise of Kingdom. Jetzt wollte ich noch hier mal nachschauen. Ach, der geht gar nicht. Ich wollte gerade sehen, wie man das hier steuern kann. Aber den hatte ich ja vorhin schon mal. Und dann musste ich jetzt mal den Tag sehen, wie man hier mit der Steuerung erweitert zur Spielsteuerung. Und man damit den Tag mindestens ein bisschen steuern kann. Aber das war bisher auch ein Problem. Wie man hier am PC quasi ohne Controller, ohne Joystick und so. Weil die Regierung nicht steuern kann. Der PC hat ja Gangschalten und so alles mit der Maus. Mit einer Hand, das ist ein bisschen... Ähm. Was ist das hier? Das ist ein Überleg. Moistiger. Er war ihn am Leben. Bis drSon Pick ins drFin. Köcher Aben Schlüssel hat ¡Grit! OS! Ä76. Aben Scheuer das ist! Was wird gefilte! Schw дерев. Mit see کا Ich bin der Ende des Hubschrauber. Ich denke, es ist gut. Ich werde dir die Hubschrauber ein. Die Kamera ist als Werteilung. Wir werden die Werteilung in den Werteilung. Das ist eine Werteilung. Das ist eine Werteilung. Wir werden die Werteilung in den Werteilung. Die Werteilung. Das ist ein Kamm, das ist ein Kamm. Und wenn ich jetzt ein Bad habe, ich habe ein Kulturer für Android-Abbisch die 5 6 ja 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 dann bitte die Sprecher wieder weg Ich kann mich nicht wünschen, dass ich hier nur und ich bin hier, hier drüben. Ich kann es hier stoppen. 20 für sieben. Das ist die Wir warten noch mit der Hauden auf dem einen Geldflug-Tack, in dem noch der Räume Deutsch herangehäuert. Stimmt hier. Ich habe den Geigen geflogen. Also das ist eine Vergnung. Oh ja, das ist auch sehr gut. Es gibt schon zwei, drei sieben. Es gibt noch zwei, drei sieben einfach. Das ist der letzte Signal von vorne, das war aber jetzt verkehrt, ja ich bin der große Exportieren, ja komm mal hin, ich will dich nur schnell löschen und dann will ich da Apps löschen, ja möchte ich löschen. Möchten sie diese App installieren, ja und möchte ich noch installieren, die Damen, der Game Champions, ja und die Reise of Kingdom können wir auch löschen, ja und den auch gut, ja, das geht ja gut und den brauche ich ja auch nicht, ok, jetzt haben wir noch die beiden rein, ja schön, so geht das also mit dem Löschen der Apps. Jetzt, ok, ich mache jetzt mal Schutz und dann komme ich gleich wieder mit Amazon.com. Also was habe ich jetzt gelernt, ich habe jetzt gelernt, wie man eine App löschen kann, die installieren kann und ich habe hier auf der rechten Seite da die Steuerkonsole erkundet, ohne da neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, ok, das war es jetzt mal, ich sage mal Schutz Leute, mach es gut, bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich das ja auch aciーン. ... ... Vielen Dank.